Hallo, mein Name ist André Gass, ich bin Mitglied der Geschäftsführung der DOG GmbH. Die DOG ist ein Produzent von Pharma-Packmitteln aus Darmstadt, gegründet als Familienunternehmen vor 25 Jahren. Wir haben in Darmstadt drei Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunkten und liefern von hier aus Kunden in ganz Europa. Derzeit befinden wir uns im Generationenüberfall, den Übergang von meinem Vater zu meinen Geschwistern und mir. Unsere Spezialität sind Pharma-Packungsbeilagen und Pharma-Fallschachteln. Die konsequente Spezialisierung auf diese Bereiche und der Fokus auf Qualität hat es uns ermöglicht in den letzten 25 Jahren stark zu wachsen. Preisdruck ist in unserem Markt ein wesentlicher Faktor. Qualität und Zuverlässigkeit spielen aber auch eine Rolle. Unser Marktsegment als Pharma-Zulieferer unterscheidet sich deutlich von dem der Akzidenzdruckereien. Auch wenn wir einen gewissen Preisdruck verspüren, ist dieser sicherlich nicht so hoch wie im Akzidenzmarkt. Bereits ein Jahr vor der offiziellen Firmengründung auf der Drupa 1995 haben wir unsere erste Maschine von Heidelberg bestellt, eine Heidelberg Quickmaster DI. Die Anforderungen unserer Kunden in den letzten Jahren sind kontinuierlich gestiegen. Die Verarbeitung der Produkte ist komplexer geworden, die Ansprüche an Qualität und das Qualitätsmanagement sind kontinuierlich gewachsen. Einer der großen Vorteile der Partnerschaft mit Heidelberg ist das umfassende Produktportfolio von Heidelberg, welches von Vorstufensoftware über Belichter, über Druckmaschinen bis hin zu Weiterverarbeitung reicht. Was die Maschinen angeht, ist Heidelberg der wichtigste Lieferant für uns. Die letzten beiden Investitionen waren die Diana Faltschachtelklebemaschine und die TH56 Pharma, die seit vier Wochen bei uns im Einsatz ist. Die TH56 Pharma ist unsere erste vollautomatisierte Falzmaschine. Letztes Jahr haben wir investiert in eine Diana Smart Speed. Diese ist ausgestattet mit einem Feeder und einem Diana Packer 4.0 und eignet sich insbesondere für die Produktion von größeren Faltschachtelauflagen. Die zwei wesentlichen Faktoren für die Investitionsentscheidung für die Diana Smart Speed waren auf der einen Seite die Möglichkeit, Bray-Schrift inline prägen zu können und auf der anderen Seite der höhere Automatisierungsgrad durch den Diana Packer 4.0. Die hohe Produktionsgeschwindigkeit der Diana Smart mit 600 Metern pro Minute zusammen mit der Automatisierung durch den Diana Packer 4.0 ermöglicht es uns, effizient hohe Auflagen zu produzieren. Wir setzen heute Heidelberg-Produkte in eigentlich allen Bereichen, von der Vorstufensoftware über die Plattenbelichtung, über den Druck bis hin zu Falzmaschinen, Faltschachtel-Stanzmaschinen und Faltschachtel-Klebemaschinen. Insgesamt haben wir über 30 3B-Druckwerke von Heidelberg im Einsatz, mit denen wir sowohl Dünndruckmaterialien als auch Faltschachtelkarton bedrucken. Flexibilität und Automatisierung spielen mittlerweile eine größere Rolle bei der Entscheidung für eine neue Maschine als Geschwindigkeit. Also die Investitionsentscheidung für die XL106 im Dünndruckbereich ist rund vier Jahre her. Das war 2017 und 2018 wurde dann die erste XL106 Maschine bei uns installiert. Wir haben da wirklich lange überlegt an der Stelle, weil dieses dünne Material mit hohen Geschwindigkeiten zu verarbeiten ist wirklich eine Herausforderung. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns letztendlich für die Maschine entschieden haben. Aber die Sicherheit, dass es funktionieren wird, kam natürlich erst, nachdem die Maschine installiert wurde und wir mal die ersten Monate damit produziert haben. Ja, letztendlich ist es eine Big Data Anwendung, wo wir die Daten von Heidelberg ausgewertet haben, um herauszufinden, ob die neue Maschinengeneration uns im Dünndruckbereich einen Produktivitätsvorteil bringt. Es war ein längerer Prozess, diese Datenauswertung zusammen mit einem Spezialisten von Heidelberg. Die hat letztendlich zu der Investitionsentscheidung für die Maschine geführt und wir haben tatsächlich mit der neuen Maschine 30% Produktivitätsvorteil erzielt, über 30% Produktivitätsvorteil erzielt. Seit einigen Jahren nutzen wir in der Druckvorstufe den Connect Production Manager. Der Vorteil ist, dass wir uns keine Gedanken mehr über Investitionen in Lizenzen machen müssen. Wenn wir eine bestimmte Lizenz benötigen, dann wird sie uns einfach freigeschaltet. Mit dem Heidelberg Assistant und weiteren Tools unterstützt uns Heidelberg auch bei der digitalen Transformation. Der Heidelberg Assistant bietet uns viele kleine Erleichterungen im Alltag. Mit Heidelberg Smart BI können wir ohne großen Installationsaufwand direkt auf Daten aus der Produktion zugreifen und mit Auswertungen Erkenntnisse zur Produktionsoptimierung gewinnen. Ja natürlich, die Auswertung von Produktionsdaten oder Produktivitätskennzahlen wird aus meiner Sicht eine immer größere Rolle in der Zukunft spielen. Ich muss ja letztendlich bei allen Automatisierungsschritten, die ich umsetze, muss ich hinterher gucken, was hat es denn wirklich gebracht, die Automatisierung. Es geht letztendlich nur über Datenauswertung. Aus meiner Sicht ist ein großer Trend in der Druckindustrie der Wandel von handwerklich geprägten Druckereien hin zu industriell geprägter Fertigung und zu industrieller Fertigung. Die immer größer werdende Menge an Text bei den Packungsbeilagen führt zu immer größeren Produkten und damit zu immer komplexeren Falzarten. Ja, mit Heidelberg verbindet uns einfach eine sehr langjährige Partnerschaft. Viele Themen wie sinkende Auflagen oder Rüstzeitoptimierung und ähnliche Dinge spielen letztendlich in jeder Druckerei eine Rolle. Letztendlich wissen wir auch, dass Heidelberg uns unterstützt, wenn es notwendig ist.